ARD Text im Auftrag von Funk Michi, dein Vater ist gerade gestorben. Was ist, wenn dir wieder alles zu viel wird? Ich kann dich nicht mit ihr alleine lassen. Ich habe seit fünf Wochen nichts mehr getrunken. Ich glaube, du bist schlafgewandelt oder so. Ich habe das als Kind auch manchmal gemacht. Mein Papa hat immer geglaubt, ich mache das irgendwie absichtlich. Warum gibt es eigentlich keine Fotos von der Oma? Du erzählst doch nie von ihr. Was für Geschichten kursieren von meiner Mutter? Vergessen Sie das. Ich soll keine Mutter sein. Das habe ich nicht im Blut. Ihr habt es aufgemacht. Das hättest du nicht machen sollen. Mama! Wo ist die Hannah? Du kriegst das Kind nicht mehr. Das ist los, wenn die zwei. Was machst du? Du hast doch gesagt, wir gehen zu den Sonnenblumen. Ich erinnere mich. Das ist doch ganz. Weil ich mich nicht mehr tun kann. Eine Kuze EMP tipos FEU husOS geben. Wir können mich nicht meistens wie Imaginer bringen. Vielen Dank.